Aus entwicklungspsychologischer Perspektive liegt es nahe, die pädagogischen Bemühungen zur Vermittlung von Medienkompetenz früh zu beginnen und spätestens im Jugendalter zu intensivieren. Die Zeit von der späten Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter stellt eine besonders sensible Lebensphase für die Medienbildung dar. Sie ist in der Regel gekennzeichnet durch die Entwicklung neuer Denkmöglichkeiten und einer gesteigerten Auseinandersetzung der Heranwachsenden mit der eigenen Rolle in der Welt. Es handelt sich jedoch auch um eine Zeit, in welcher ein großes Bedürfnis nach sozialer Anerkennung und Zugehörigkeit besteht und die Identitätssuche zuweilen als verunsichernd und belastend wahrgenommen wird. In dieser Lebensphase besteht eine hohe Anfälligkeit für radikale Welt- und Selbstentwürfe sowie den Anschluss an ideologische Gruppierungen mit vereinfachenden totalitären Weltbildern. Wer bin ich? Wer will ich werden? Was sind meine Ziele und Werte? So oder ähnlich lassen sich die Fragen der Identitätssuche zusammenfassen, mit der junge Menschen sich in dieser Zeit beschäftigen. Verschiedene Studien zeigen, wie wichtig in diesem Zusammenhang das soziale Umfeld für die Wertebildung und Persönlichkeitsentwicklung sind. Politische Einstellungen finden in diesem Lebensabschnitt zum Beispiel eine erste Form. Sie weisen dann häufig eine längerfristige Kontinuität bis ins Erwachsenenalter auf. Als sehr wichtig für eine tolerante Haltung und Respekt gegenüber anderen erweisen sich eine vertrauensvolle und wertschätzende Beziehung zu den wichtigsten Bezugspersonen und eine offene, konstruktive Diskussionskultur. Ausländerfeindliche und totalitäre Wertvorstellungen bilden sich eher in intoleranten und rigiden sozialen Milieus. Entsprechend bedeutsam sind die pädagogischen Bemühungen zur Förderung von Toleranz, Empathie und Respekt und zur Vermittlung eines kompetenten Umgangs mit den digitalen Medien. Als Erziehungs- und Organisationsinstanzen sind in dieser Hinsicht neben der Familie vor allem auch die Schule und die Jugendarbeit gefordert. In beiden Handlungsfeldern, der Schule und der Jugendarbeit, werden ähnliche Ziele verfolgt. Die methodisch-didaktischen Zugänge unterscheiden sich jedoch teilweise aufgrund der unterschiedlichen Settings- und Adressatenkreise. In der Jugendarbeit bietet sich die besondere Chance, Medienkompetenzförderung angeknüpft an die lebensweltlichen Erfahrungen und jugendkulturellen Interessen in engerem persönlichem Austausch und auf Augenhöhe zu betreiben. Durch eine niederschwellige Arbeitsweise und die Verbindung von Offline- und Online-Interventionen können zum Teil auch eher schwer erreichbare, aber im Sinne der Medienkompetenzförderung hochrelevante Gruppen von Jugendlichen erreicht werden. Im schulischen Lernsetting ist demgegenüber eine systematische und kontinuierliche Auseinandersetzung mit medienpädagogischen Themen meist einfacher zu bewerkstelligen. Die Bearbeitung von sensiblen Themen wie etwa Cybermobbing und Hate-Speeches unterliegen dafür in diesem Setting im Vergleich zur Jugendarbeit erschwerteren Bedingungen. Das grundsätzlich eher hierarchische Verhältnis zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, die soziale Kontrolle im Klassenverband und der Aspekt der Leistungsbeurteilung können sich hemmend auf eine offene Diskussion von heiklen Themen auswirken. Die pädagogischen Bemühungen sind in beiden Handlungsfeldern grundsätzlich darauf ausgerichtet, in aufklärerisch-emanzipatorischer Tradition, Toleranz gegenüber anderen, Achtung der Menschenwürde, kritische Urteilsfähigkeit, Mündigkeit und Selbstbestimmung sowie einen konstruktiven und respektvollen Umgang bei Meinungsverschiedenheiten und Konflikten zu vermitteln. Sozialverantwortliches Handeln in demokratischen Gesellschaft soll befördert und die Diskriminierung Andersdenkender, Gewalt, Mobbing, Verunglimpfung und Hass, sei es im Netz oder offline im Alltag, verhindert werden. Heranwachsende sollen die verschiedenen digitalen Medien sachgerecht bedienen und deren Funktionsweisen und ökonomische Hintergründe kennenlernen. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie über Sicherheitsregeln und Urheberrechte im Netz und über entsprechende Online-Fachdienste Bescheid wissen. Sie sollen aber vor allem auch die Einflüsse von digitalen Medien auf die eigene Person und die größeren gesellschaftlichen Zusammenhänge kritisch zu hinterfragen lernen und mittels Medien verantwortungs- und respektvoll ihre eigenen Meinungen artikulieren und sich an gesellschaftlichen Prozessen beteiligen zu können. Angesprochen sind damit neben Mediennutzung und Medienkunde auch Medienkritik und eine kritisch-reflexive Mediengestaltung als Kernbereiche von Medienkompetenz. Um die Ziele zu erreichen, wird in der Schule und Jugendarbeit häufig ein Ansatz gewählt, der die intellektuelle Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten der Thematik wie Toleranz, Menschenrechte, Diskriminierung mit erfahrungs- und handlungsbezogenem Lernen mit und in Medien kombiniert. Dies kann konkret etwa so aussehen, dass die Berichterstattung zu einem Ereignis auf verschiedenen Webseiten kritisch verglichen wird oder Videos zu jugendrelevanten Themen gedreht und geschnitten werden, um die Möglichkeiten und Probleme subjektiver Kamera, schneller Filmschnitte und gekürzter Interviewaussagen zu erkennen. Medien sollen auf diese Weise aus handelnder Erfahrung kritisch beurteilt und zugleich für die eigene Informationsverarbeitung oder künstlerische Ausdrucksweise verfügbar werden. In beiden Handlungsfeldern muss berücksichtigt und respektiert werden, dass sich Jugendliche und junge Erwachsenen die digitale Welt oft lieber in Eigenregie oder gemeinsam mit Gleichaltrigen erschließen als angeleitet durch Erwachsene. Entsprechend gilt es mit besonderer Achtsamkeit vorzugehen und Jugendlichen zum Beispiel durch Denkanstöße, persönliche Gespräche, Online-Debatten in Chats oder durch die Initierung von kleinen Projekten und den Einzug von Peers als Lehrende an wichtige Themen heranzuführen, ohne ihre jugendkulturellen Räume pädagogisch zu vereinnahmen und Widerstände gegen medienbildnerische Bestrebungen zu erzeugen. Diese Ausführungen machen deutlich, dass den pädagogischen Fachkräften in der Schule und Jugendarbeit im Rahmen der Medienbildung eine Schlüsselrolle zukommt. Durch die Gestaltung der Beziehung zu den Jugendlichen, ihre Haltung zu Themen der sozialen Gerechtigkeit, Menschenwürde und sozialen Verantwortungsübernahme und durch ihr Handeln bei Vorkommnissen von Gewalt, Diskriminierung und Hass on und offline wirken sie als Vorbild und üben Einfluss auf die Wertebildung und den Umgang junger Menschen mit neuen Medien aus. Diese anspruchsvolle Rolle zu übernehmen bedarf selbstredend der Vorbereitung und Unterstützung im Rahmen der professionellen Aus- und Weiterbildung. Sowohl im Handlungsfeld der Schule als auch der Jugendarbeit besteht diesbezüglich jedoch noch Entwicklungsbedarf. Investitionen in die schulische und außerschulische Medienbildung stellen entsprechend ein wichtiges bildungspolitisches Postulat dar. Angesichts der noch nicht absehbaren Entwicklungen im Bereich der neuen Medien und des geschilderten Handlungsbedarfs bleibt die Förderung von Medienkompetenz ein zukunftsoffenes Anliegen, das der laufenden Anpassung und Investition bedarf.